Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Es waren einmal hinter dem Spiegel in einer Welt voller Zauber und Gefahren. Zwei Brüder, von denen der eine auszog, den anderen zu retten. Nachhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Und vielen, vielen Dank an diejenigen, die schon zugehört haben und mir wieder so ein liebes Feedback dagelassen haben. Dankeschön. Das freut mich wirklich immer total. Und wenn ihr auch mal eine Nachricht an uns schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Unter nerdizismus.de findet ihr E-Mail, WhatsApp und Discord-Channel und auch alle anderen Channels, über die man uns so finden kann. Instagram, Facebook und so weiter. Gerne auch abonnieren und eine schöne liebe Bewertung dalassen, damit noch mehr Nerds unsere Podcast-Folgen finden. So, genug der Einleitung. Ihr wollt bestimmt wissen, was ich diesen Monat so gelesen habe. Tatsächlich sind es nur vier Bücher geworden, aber der Monat ist ja auch relativ kurz. Es sind nur vier Bücher geworden, wenn man das Ende von Never to Close nicht mitzählt. Dieses Buch habe ich letzten Monat angefangen, aber es nicht ganz zu Ende geschafft. Ich muss auch sagen, es hat mich jetzt so am Ende auch nicht wirklich umgehauen. Habe mich noch so ein bisschen damit durchgequält am Schluss, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht mehr so drauf eingehen. Das zweite Buch, was ich von der Autorin noch habe, Never Too Late, werde ich aber trotzdem noch lesen. Aber ich hatte jetzt erstmal Lust auf was ganz anderes. Wir schlagen jetzt auch direkt eine Brücke zu einem Sachbuch. Dieses Buch wurde mir immer mal wieder bei Amazon vorgeschlagen und ich habe es dann irgendwann mal bestellt, gebraucht, weil ich mich mit dem Thema nochmal ein bisschen auseinandersetzen wollte, beziehungsweise wollte ich etwas Hintergrundlektüre zur Hand haben. Darf ich vorwegnehmen, dass ich maßlos enttäuscht war? Es geht um folgendes Buch. Stress, der moderne Säbelzahntiger. Verstehen, besiegen, verbünden. Von Ron B. Charles und in keinem Verlag erschienen, sondern selbst verlegt. Und hier liegt vielleicht auch der Knackpunkt. Ich hätte vorher besser recherchieren sollen, aber hier hat jemand eine Ansammlung von Tipps zusammengetragen, die eigentlich nur nützlich sind für Menschen, die das Wort Stress noch nie gehört haben. Ich glaube, wenn man im Selbstverlag verlegt, dann lässt man vielleicht weniger Leute drüber gucken. Ich bin mir nicht sicher, woran das jetzt gelegen hat. Nicht, dass Selbstverlag etwas Blödes ist, das in gar keinem Fall, aber ich glaube, diesem Buch hätte es gut getan, lieber in einem Verlag veröffentlicht zu werden. Aber vielleicht hat er auch keinen Verlag gefunden, weil, ja, das Buch ist ca. 120 Seiten lang. Die Schriftart ist sehr groß und ich habe den Eindruck, es könnte sich hier auch um eine Hausarbeit aus der 10. Klasse handeln. Es ist mehr wie eine Art Referat gehalten, sehr oberflächlich und daher für mich wirklich nicht zu gebrauchen. Aber das liegt auch daran, dass ich persönlich mit dem Thema Stress, Burnout, wie man dagegen vorgehen kann, mich bereits sehr intensiv beschäftigt habe, eben auch beruflich. Ich habe da schon die ein oder andere Weiterbildung gemacht und daher war ich von diesem Werk eben ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, das lag auch an mir. Ich hätte mich erst mal mehr über das Buch informieren sollen, vielleicht auch mal ein paar Bewertungen lesen sollen. Das habe ich in dem Fall einfach mal nicht gemacht, weil das Buch war auch wirklich sehr, sehr günstig. Ich habe es halt gebraucht gekauft. Für jemanden, der sich mit dem Thema noch so gar nicht auskennt, kann das auf jeden Fall ein guter Überblick sein. Das möchte ich dem Buch gar nicht absprechen. Aber fachlich gesehen ist es einfach sehr, sehr schwach. Bewahre Ruhe, entspann dich mal mehr. Das sind eben sehr leichtfertige Ratschläge für Leute, die wirklich hart gestresst sind. Das kratzt eben echt nur an der Oberfläche. Das Cover ist ganz interessant. Weil da ist dieser Säbelzahntiger abgebildet und ich denke, der Autor hat dieses Bild gewählt, da ja unsere Vorfahren bei solch einer Gefahr in den Fluchtkampfmodus gewechselt sind. Was bis heute in uns verwurzelt ist, nur dass wir halt nicht mehr vor großen Raubtieren weglaufen müssen, sondern uns zum Beispiel eine große Flut an E-Mails in stressige Situationen bringt. Was mich sehr stresst, ist auch total unterschiedlich zu dem, was andere Menschen Stress verursacht. Das variiert ja sehr stark und hat auch damit zu tun, wie resilient jemand ist und ob derjenige selber auch mal was für sich und seine Entspannung macht. Was stresst euch denn so? Mich zum Beispiel stresst es, wenn es zu Hause sehr unordentlich ist. Dabei schaffe ich das meistens selber sehr gut, Chaos zu verursachen. Und je nachdem schiebe ich das dann auch mal so ein bisschen vor mir her, damit es dann noch stressiger wird. Ansonsten finde ich auch große Menschenansammlungen sehr stressig und ich glaube, damit bin ich auch nicht wirklich alleine. Was mich absolut entschleunigt, das ist eine schöne, spannende Geschichte. Also habe ich mir zur Abwechslung mal wieder ein Buch zugelegt und zwar eine Buchreihe. Ja, ich habe direkt alle drei Teile gekauft und das auch in Anbetracht meines immerwährend größer werdenden Stapels ungelesener Bücher. Aber ich konnte nicht anders, denn ich hatte so große Lust auf etwas Fantastisches. Und ich habe noch nie ein Buch von Cornelia Funke gelesen und das grenzt ja schon fast an fehlender Allgemeinbildung. Es ist nicht die Tintenreihe, sondern Reckless. Ich habe Teil 1 Steinernes Fleisch gelesen und zunächst hatte ich das Gefühl, ich komme so gar nicht rein. Der Erzählstil war so ganz anders als das, was ich in letzter Zeit gelesen hatte und die ersten Seiten tat ich mich wirklich schwer. Ja, der Hund macht hier Geräusche. Also falls ihr schnarchende Hundgeräusche hört im Hintergrund, das ist partout. Aber dann gab es irgendwann den Punkt, wo es richtig Spaß gemacht hat, das Buch zu lesen. Die Figuren und die Welt wurden immer so klarer vor meinem inneren Auge und die Verbindung zu unseren bekannten Märchen wie Hänsel und Gretel oder Dornröschen, die haben einfach Spaß gemacht. Aber worum geht's eigentlich? Man könnte ganz grob sagen, es geht um Bruderliebe. Und im Detail springt der junge Jacob Reckless durch einen Spiegel im Büro seines verschwundenen Vaters in eine ganz andere Welt. Sein jüngerer Bruder Will folgt ihm irgendwann und fängt sich was ganz, ganz Blödes ein. Er verwandelt sich nämlich in einen Gäuel. Seine Haut wird zu Stein. Um dies aufzuhalten, versucht Jacob mit der Hilfe von Clara, Wills Freundin, und Fuchs, einem Fuchsmädchen, alles um Will wieder menschlich zu machen. Dabei müssen sie alle möglichen Abenteuer bestreiten. Und ich will hier auch nicht zu viel verraten, weil ich möchte euch dieses Buch nämlich sehr gerne ans Herz legen. Denn wenn man einmal drin ist, dann ist es wirklich ganz wunderbar und auf ca. 325 Seiten auch kein allzu großer Schinken. Naja, es gibt ja noch zwei weitere Teile, aber auf die freue ich mich schon richtig. Und die Geschichte erinnert mich ein bisschen an das 10. Königreich. Kennt das noch jemand von euch? Das war mal eine Spielfilmreihe. Irgendwann in den 90ern, 2000ern. Das lief mal an Weihnachten irgendwann. Und das sind so fünf Teile. Und es geht um eine Frau namens Virginia, die auch durch einen Reisespiegel in ein Märchenland reist, das so ähnlich ist wie in Reckless. Wahrscheinlich gefällt es mir daher so gut. Zu den Charakteren und Figuren kann ich sagen, dass sie auf mich sehr überzeugend gewirkt haben. Es gibt zwar kaum Entwicklung, was daran liegt, dass es ein großes Abenteuer ist, in dem es dafür gar nicht so viel Platz gibt, um sich großartig zu entwickeln. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es dann in den nächsten Teilen ein bisschen passiert, dass die Figuren sich weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, Teil 1 ist hier einfach der Grundstein, um die Figuren erstmal richtig kennenzulernen. Und Reckless ist erschienen im Dressler Verlag. Und bei dem Package, was ich bestellt habe, da waren auch noch so ein paar hübsche Postkarten dabei. Unter anderem ist da ein Drache drauf. Das heißt, ich freue mich schon auf Drachen-Action in den nächsten Teilen. Ich bin schon sehr gespannt. Es wurde schon immer erwähnt, dass es ja vielleicht Drachen gibt, aber es war, ja, noch keiner zu sehen. Schauen wir mal. Vielleicht analysiere ich die Buchfiguren demnächst noch ein bisschen detaillierter, denn mithilfe des nächsten Buches wäre dies bestimmt kein Problem. Es handelt sich um ein Sachbuch aus dem Hause DK Verlag mit dem Namen Simply Psychologie Wissen auf den Punkt gebracht. Da ich mein Wissen rund um Psychologie gerade vertiefe, dachte ich, ist dies vielleicht ein nettes Büchlein, um verschiedene Theorien nachzuschlagen. Auf ca. 160 Seiten ist es ein sehr kurzweiliger Überblick über Entwicklungspsychologie bis klinische Psychologie und das Buch bietet durch sehr anschauliche Grafiken, ja, kompaktes Wissen, einfach erklärt, mit so ein paar Fun-Facts skaniert. Sicherlich nichts für jemanden, der Psychologie studieren will, aber um einen Überblick über alles zu bekommen, ist das durchaus gut. Es steht auch auf der Rückseite, für alle Wissbegierigen mit wenig Zeit und so nehme ich das halt auch wahr. Die Gestaltung des Buches ist sehr farbenfroh und übersichtlich und ich hatte es wirklich schnell durchgelesen. Ich habe noch ein weiteres Psychologie Buch aus dem Hause DK, das ist allerdings deutlich größer und dicker, das habe ich aber auch noch nicht wirklich gelesen. Das werde ich bestimmt noch nachholen. Heißt, glaube ich, einfach nur das Psychologie Buch. Da gibt es auch eine ganze Reihe bei diesem Simply Psychologie. Da gibt es auch noch andere Bücher und zwar einmal mit dem Thema Philosophie, Quantenphysik, Mathematik, Astronomie, Klimawandel, Wirtschaft und das Gehirn. Also alles sehr, sehr spannende Themen auf jeden Fall. Ich werde mir davon aber erstmal kein weiteres Buch besorgen, denn ich muss erstmal das Psychologie Buch lesen. Was ich auch wirklich überraschend schnell durchgelesen hatte, war Anywhere von Sarah Sprintz, Teil 1 der Dunbridge Academy Reihe. Warum ich dieses Buch gekauft habe? Tja, es stand Academy drauf und das Cover ist sehr hübsch. Das ist in so einem Anthrazit gehalten mit einer rosanen Schrift drauf, einer weißen Schrift. An den Ecken sind so, ja, was ist das, irgendwie eine Pflanze, so Pflanzenranken. Sieht sehr, sieht schon sehr romantisch aus und es ist auch ein bisschen romantisch. Aber ich hatte einfach richtig Bock auf so eine Internatsgeschichte und ich habe mich gefreut, denn es ging zusammen mit Emma aus Deutschland, aus Frankfurt, nach Schottland in ein altes Kloster, was der Beschreibung nach sich sehr stark nach Hogwarts anhört, nur eben mit der neuesten Unterrichtstechnik ausgestattet. Emma macht dort ein Austauschjahr an der Schule, wo auch ihre Mutter damals hingegangen war, die dort Emmas Vater kennengelernt hat. Und nach diesem sucht Emma jetzt. Natürlich ist es nicht nur eine Familiengeschichte, sondern auch eine Love Story, denn wie könnte es anders sein, lernt Emma an der Akademie Henry kennen. Und was ich besonders schön erfrischend fand, es war so herrlich undramatisch. Wo man bei sowas normalerweise haufenweise Drama finden kann, wo es viel um Eifersucht und Missverständnisse geht. Sowas finde ich persönlich immer sehr, sehr anstrengend als Konflikthandlung oder als Wendepunkt. Da finde ich andere Dinge besser, wie zum Beispiel fiese Lehrer oder irgendwelche anderen Umstände. Die Autorin hat einen sehr flüssigen Schreibstil, weswegen ich das Buch ungelogen in zwei Tagen durch hatte und das bei ca. 463 Seiten. Weiß selber nicht, wie ich das gemacht habe. Gut, einige von euch lesen bestimmt noch mehr oder schneller. I don't know. Aber für meine Verhältnisse war das schon sehr schnell. Wie schon erwähnt, die Atmosphäre des Buches hat mich einfach gepackt. Ich liebe ja Schottland. Und wenn ich mir so vorstelle, ein altes Kloster in den Highlands als Schule zu besuchen, da wäre ich irgendwie sehr gerne nochmal Schülerin, aber ohne Matheunterricht. Dafür lieber mit Fächern wie Wildnispädagogik, Psychologie, Crafting, kreatives Schreiben oder Hundekuscheln. Irgendwie sowas. Das wäre cool. Und die Charaktere empfand ich als relativ interessant. Irgendwie hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, in so einer Netflix-Serie drin zu sein. Ein bisschen was von Sex Education hatte das irgendwie. Liegt wahrscheinlich auch am Alter der Autorin, die mit Ende 20 ja auch genau in dieser Zielgruppe drin ist. Die Charaktere waren sehr fröhlich, sehr engagiert, auch sehr offen. Also auch offen gegenüber der Emma, die als Austauschschülerin kommt. Und diese Academy wird ja auch als sehr international beschrieben. Also da ist es ja gang und gäbe, dass verschiedene Kulturen auch aufeinandertreffen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Wer also seichte Unterhaltung mag mit Kuschelfaktor, Highlands und Internat-Vibes, der ist mit diesem Buch gut bedient. Eben New Adult und Romance, sehr, sehr sweet. Werde die anderen beiden Teile Anyone und Anytime wahrscheinlich auch noch lesen. Bei den Titeln habe ich schon so Vorahnung, wie es weitergehen könnte. Mein Gefühl sagt mir, dass es vielleicht doch noch etwas dramatischer wird. Mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Das war es auch schon mit den gelesenen Büchern. Ich habe diesen Monat angefangen, auch wieder Hörbuch zu hören. Das mache ich ganz gerne, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund rausgehe oder beim Sport oder auch beim Haushalt machen. Bei allem eigentlich kann ich Hörbuch hören. Ich habe angefangen, wieder die Harry-Potter-Bücher zu hören. Aus dem Grund, dass unser lieber Mid-Podcaster Michael gerne nochmal etwas über Harry Potter machen möchte. Und zwar eine Art Buch-Film-Vergleich. Da ich sowieso gerne mal wieder die Harry-Potter-Hörbücher hören wollte, mit Rufus Beck als Sprecher. Ich liebe die einfach total. Habe ich damit angefangen und diesen Monat Teil 1 bis 3 schon komplett durchgehört. Immer wieder schön. Mir fallen jetzt mit der Zeit, da ich diese Bücher auch schon so oft gehört habe und auch gelesen habe, fallen mir immer wieder neue Dinge auf, die, ja, wie soll ich sagen, die nicht so viel Sinn ergeben. Ich frage mich ja immer, eine wirklich große Frage in meinem Kopf ist ja die, warum weiß Harry eigentlich so gar nichts? Also wenn ich in seiner Haut stecken würde, ich würde doch alles versuchen rauszukriegen über diese Zeit, in der Lord Voldemort geherrscht hat. Ich würde doch rausfinden wollen, was da genau passiert ist, wie es dazu kommen konnte. Ich würde doch in der Geschichte der Zauberei oder der modernen Zauberei alles nachlesen. Und jetzt höre ich gerade halt Teil 4 und Harry fragt, was sind Todesser? Und ich frage mich, wie er einfach in seinem vierten Jahr in Hogwarts oder jetzt angehendes viertes Jahr in Hogwarts einfach nicht rausgekriegt hat vorher, was Todesser sind. Oder auch das schwarze Mal. Also das sind doch irgendwie Dinge, die man ganz einfach nachlesen kann. Oder hat die Zauberergesellschaft beschlossen, dieses Wissen für sich zu behalten? Ich glaube eher nicht. Naja, ihr seht schon, ich habe sehr viele Fragen und sehr viele Theorien in meinem Kopf rund um Harry Potter. Und ich werde das alles versuchen irgendwie ein bisschen zu sammeln, um das dann mal in einer gesonderten Folge mit dem Michael zu besprechen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr Bock darauf habt oder ob wir es vielleicht auch einfach sein lassen sollen. Naja, wenn, dann machen wir es sowieso, weil wir machen eh nur das, worauf wir Bock haben. Das solltet ihr auch machen. Macht immer nur Sachen, die euch Spaß machen. Soweit es zumindest möglich ist. So, das war es jetzt auch jetzt mit meinem kleinen Recap zu den gelesenen Büchern aus dem Februar. Ich habe noch nicht entschieden, was ich als nächstes lesen werde. Lasst euch überraschen und bis dahin viel Spaß zwischen den Bücherseiten. Tschüssi! Eine Produktion des Podcast Imperiums.